Nintendo hat seine Social Media Kanäle in der letzten Woche doch dann häufig dazu verwendet, um einige Sachen fett anzukündigen und auch durcheinander zu wirbeln. Also 2022 wurde mal ein wenig gemixt. Wir schauen uns auch mal die ganzen Releases an bis Ende 2022, die jetzt feststehen, spekulieren mal über eine Direct, was noch kommen kann und schauen uns natürlich sonst noch an, was es Neues gibt in der Welt der Nintendo Switch News oder wie auch immer. Deswegen heiße ich euch erstmal recht herzlich willkommen und ja, falls ihr noch nicht bei dem Gewinnspiel von meinem Partner Instant Gaming mitgemacht habt, dann geht auch unten, Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr einfach euch ein Spiel- oder Guthabenkarte aussuchen und dann einfach beim Gewinnspiel teilhaben, denn das Ganze geht noch fünf Tage und dann fängt das neue Gewinnspiel an und es ist natürlich Montag, das heißt, es ist einfach wieder eine sehr lange Woche liegt vor uns und wir haben heute Abend um 20 Uhr mal wieder die Nintendo-Sprechstunde, wo wir die heutigen News sprechen wollen, bevor wir dann das Ganze mit dem Mario Monday ausklingen lassen. So, irgendwas wollte ich noch sagen, ist aber auch egal, hab's vergessen, sollte es mir einfallen, werde ich es einfach reinpacken. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein in die erste News und das ist ganz nicht so schlecht, denn wir haben wieder neue Genesis Games bekommen, beziehungsweise Sega Mega Drive Games und diesmal sind die gar nicht so schlecht. Ich konnte ja bisher mit diesen ganzen Sega Mega Drive Releases und Spielen nicht so super viel anfangen, aber diesmal ist mit dem RPG Shining Force 2 tatsächlich ein Spiel rausgekommen, was ich mir dann vielleicht doch mal anschauen werde, denn bisher muss ich tatsächlich sagen, bin ich beim Sega Mega Drive eher, naja, ja, nicht wirklich mit dabei. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Dann ist noch ein Shoot'em Up hinzugekommen, Space Harrier 2, ja gut, weiß ich nicht, liegt jetzt auch nicht mehr, und dann Sonic the Hedgehog Spinball, fand ich noch nie so geil und Sonic ist jetzt auch, wie gesagt, ist der Kirby von Sega, sag ich immer, der gefällt mir auch nicht so. Ansonsten, wir kriegen weiterhin immer drei Spiele im unregelmäßigen Rhythmus, würde ich mal feststellen. Und ja, die N64 immer nur ein jeden Monat. Vielleicht ändert sich das ja, aber vielleicht kommen ja auch neue Emulatoren. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, mit über die neuen Game Boy Emulatoren, verlinke ich das einfach mal hier oben. Dann meinte Nintendo auch noch, den Erweiterungspass erweitern zu müssen. Heißt ja nicht umsonst so, ne? Und hat einfach mal das Splatoon 2 Octo Expansion Dingens Moments DLC mit reingepasst in die Erweiterung und somit haben wir langsam so wirklich einen DLC Erweiterungspass, möchte ich mal sagen, wo wir jetzt haben mit dem Mario Kart 8 Deluxe, die statt den Streckenpasst. Wir haben natürlich Animal Crossing und wir haben jetzt Splatoon 2 Octo Expansion, die ich tatsächlich nie genutzt habe, weil ich Splatoon 2 immer nur im Multiplayer gespielt habe. Aber jetzt, wo es ja praktisch mit drin ist und ich die Erweiterung ja besitze, werde ich mir das sicherlich mal anschauen. Das sind ja Einzelspieler, Solo-Abenteuer, ne? Ich glaube ungefähr 80 Missionen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, wenn ich mich nicht erwerben muss und mein Erweiterungspaket ja eh mit dabei ist, dann schaue ich mir das Ganze mal an. Es scheint aber tatsächlich so, dass Nintendo die ganzen oder viele DLCs mittlerweile oder auch zukünftige DLCs wahrscheinlich mit in diesen Pass reinpacken wird. Ich bin nicht mal gespannt, wie sich das Ganze ausgeht, ob die das dann irgendwann mal, ja wie viele DLCs wir dann drin haben. Es ist ja dann auch die Frage, wie lang das so drin bleiben wird. Bleibt es für Ewigkeiten drin? Da weiß ich auch noch nicht, wie Nintendo das handeln möchte. Aber auf jeden Fall ist Splatoon 2 DLC sicherlich nicht schlecht. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das nutzen werdet oder eher weniger. Kommen wir aber jetzt zum Hauptteil dieses Videos. Denn Nintendo hat ja Splatoon 3 verschoben, Xenoblade Chronicles 3 nach vorne gezogen. Aber das Ganze schauen wir uns jetzt einfach tatsächlich mal an. Nintendo hat also erstmal bekannt gegeben, dass Xenoblade Chronicles 3 am Juli erscheinen wird. Und zwar am 29. Juli geplant war das Ganze ja für den September, immer wenn mich nicht alles täuscht ohne festes Datum, hat dann aber bekannt gegeben, es in den Juli zu schieben. Und es war irgendwie dann schon klar, dass Splatoon 3 wahrscheinlich darunter leiden wird, weil wir alle davon ausgegangen sind, dass eben Splatoon 3 irgendwann zwischen Mai und Juli released werden soll. Ja, dann war es dann auch tatsächlich so, dass Splatoon 3 verschoben würde. Nämlich dann eben auf September und ich muss tatsächlich mal sagen, dass Nintendo hier alles richtig macht. Wenn die Qualität noch nicht da ist von dem Spiel, dann muss man es eben verschieben. Allerdings habe ich hier erstmal zwei kleine Einsprüche. Xenoblade Chronicles 3, ich freue mich auf das Game. Ich hoffe, es sind keine nervigen Charaktere wie bei Xenoblade Chronicles 2. Da hat mich das Game direkt verloren. Aber ich bin gespannt und ich freue mich drauf und werde es spielen. Bei Splatoon 3 hatte ich immer die Hoffnung, immer die Hoffnung, dass die endlich eine richtige kleine Serverstruktur machen, weil es ist ja ein Competitive Spiel. Und ja, dann kam der Trailer und man hat wieder gesehen, dass es Peer-to-Peer sein wird. Nämlich ist ein Spiel wieder runtergefallen und wurde dann wieder zurückgesetzt, was klar dafür deutet, dass eben Peer-to-Peer verwendet wird. Und dann frage ich mich tatsächlich, warum Splatoon 3? Es sieht aus wie Splatoon 2. Es gibt keine neuen Multiplayer, also keine neue Server-Klientstruktur. Und ja, also der Hype darum hat sich bei mir tatsächlich ein bisschen gelegt. Ich bin mal gespannt, was uns da noch für Neuerungen bleiben, weil derzeit sieht es tatsächlich einfach nur aus wie Splatoon 2 oder wie ein DLC. Und mit dieser Server-Klient-Geschichte, dass es nicht stattfindet, ich glaube, da hat Nintendo eine große Chance verpasst. Nichtsdestotrotz, ja, Reset scheint bei Donner auch weiterhin noch nicht fertig und deswegen wird es verschoben. Finde ich gut. Schauen wir uns aber einfach mal das Jahr generell an. Denn wir haben natürlich im Juni, meine Freunde, Mario Strikers und Fire Emblem Warriors. Mario Strikers, sicherlich das Game, wo ich mich auf dieses Jahr derzeit zumindest am meisten drauf freue. Wird mega. Fire Emblem Warriors werden wir natürlich anzocken, wie immer auch auf Twitch. Aber ich weiß noch nicht. Mal gucken, ob es mir gefällt oder nicht. Kann sein, muss es aber tatsächlich nicht. Dann haben wir im Juli, wie gerade schon angesprochen, Cinerade Chronicles 3. Und das kommt am 29. noch kein weiterer Release. Im August ist derzeit noch gar nicht. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass irgendwie Advanced Wars 1 plus 2 irgendwann jetzt auch mal kommt. Das wurde ja letztes Jahr verschonen im Dezember. Dann aufgrund der aktuellen Ukraine- und Russland-Geschichte natürlich verschoben. Aber ich denke mal, dass wir dieses Jahr dann noch einen Release haben würden. Würde sich vielleicht der August-Slot anbieten, denn da ist derzeit noch nichts. September haben wir dann Splatoon 3, wie schon gesprochen. Oktober ist derzeit auch noch nichts. Aber wir wissen ja auch, dass Bayonetta 3 noch kommt. Wäre vielleicht dann was etwas für den Oktober, weil da haben wir noch gar kein Gameplay und so tatsächlich von gesehen. Schauen wir mal. Und November ist vermutlich dann einfach der Pokémon-Slot für Karmazin. Und pur pur, wo ich auch mal mega drauf gespannt bin. Und Dezember wird einfach nichts sein, weil ja gut, so kurz vor Weihnachten oder sowas ist das meistens dann noch nicht mehr ideal, irgendwas Großes rauszubringen. Das heißt, wir haben ja derzeit im Juni zwei Spiele und in anderen einfach ein Spiel. Soll auch mal nur zeigen, dass Nintendo natürlich in der Lage ist, Exklusivspiele in einem Monat zwei Spiele zu veröffentlichen. Und ich glaube auch nicht, dass das so bleibt. Also, dass das das Ende ist, dass jetzt nichts mehr kommt dieses Jahr. Breath of the Wild 2 wurde verschoben auf 2023. Ich finde, wie gesagt, richtig. Ja, wenn die Qualität noch nicht stimmt, dann muss das so sein. Und wenn ihr in der Liste Mario & Rabbids Sparks of Hope sucht, das ist ja auch angekündigt für 2022, gehe ich derzeit davon aus, dass es einfach verschoben wird. Man hat schon einige Gerüchte darüber gehört. Wir haben noch nichts darüber gesehen. Kann natürlich auch sein, dass es ja im nächsten Direct vorgestellt wird und sagen, so, es wird im August released. Siehst du, es kommt wieder so ein Shadow Drop auf Twitter. Wer weiß das schon. Aber Stand jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass das Ganze nächstes Jahr erscheinen wird. Bleibt aber schlussendlich die Frage, was könnte denn noch kommen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Line-App nicht stehen bleibt. Wir werden jetzt eine Direct haben. Mai oder Juni. Ich halte ja immer noch irgendwie Ende Mai für ein gutes Datum, um einfach Mario Strikers noch zu pushen. Ich glaube, dieses Franchise braucht mehr Liebe. Die haben damals auch Metroid Dread so gepusht. Warum macht Nintendo das nämlich nicht mit Strikers? Also ich glaube schon, dass das Sinn macht. Auf jeden Fall denke ich ansonsten im Juni, wie es so klassisch zur E3 gewesen wäre. Aber was steht denn noch überhaupt an? Wir könnten natürlich von Metroid Prime 4 reden, wo wir nicht drüber reden sollten. Da haben wir auch noch nichts gesehen. Das wäre mehr als ein Wunder, wenn das dieses Jahr noch aufschlagen würde. Aber vielleicht ein Remake. Da wird ja auch schon häufiger drüber spekuliert, dass da was in Mache ist. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Und ja, Breath of the Wild ist verschoben. Zelda-Teile. Ich würde das gerne sehen. Ich würde gerne auch, wir hatten Wind Waker. Also egal was. Also egal was jetzt nicht unbedingt. Aber sicherlich, auf einer Seite möchte ich keine Ports mehr unbedingt haben für die Switch. Das ist irgendwie auch irgendwie klar, weil wir haben gerade im letzten Jahr so wahnsinnig viele Ports von der Nintendo Switch gehabt. Da möchte man vielleicht dieses Jahr nicht noch mehr Ports bekommen. Auf der anderen Seite wäre es für mich, also ich persönlich fände es schon ganz cool, Wind Waker HD vielleicht nochmal auf der Switch spielen zu können. Also von daher würde ich mich dann doch wahrscheinlich auch ein bisschen freuen. Da muss man auch einfach mal abwarten. Und ich habe immer noch feste Hoffnungen, dass wir noch irgendein Big Ding sehen werden. Sowas wie Donkey Kong oder Mario. Vielleicht als 2D irgendwo noch ein Plattformer könnte ich mir noch vorstellen. Weil wie gesagt, ich denke nicht, dass dieses Jahr zu Ende ist. Juni mit Mario Strikers, Fire Emblem Warriors. Haben wir zwei Spiele, die veröffentlicht werden, Exklusivspiele. Und warum nicht? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ab September zum Weihnachtsgeschäft hin. Also ab September, also September, Oktober, November jeweils drei Spiele im Monat released bekommen. Wäre jetzt auch nicht so unwahrscheinlich meiner Meinung nach. Und irgendwie fehlt noch so ein Big Ding von Nintendo. Und klar ist das viel Spekulationen und viel Hoffnung. Aber wir haben auch schon mal über einen Donkey Kong Teil gehört. Über eine 2,5D Plattform allerdings wieder. Und warum sollte das jetzt nicht erscheinen? Die nächste Direct, irgendwas werden sie noch vorstellen müssen. Ob das dann für dieses Jahr oder nächstes Jahr ist. Wie gesagt, dieses Jahr fehlt noch etwas. Auch wenn wir ein sehr, sehr gutes Line-Up haben. 2022 ist bis jetzt schon ein sehr, sehr fettes Ding. Sehr, sehr fettes Jahr, wie ich finde. Aber wenn jetzt noch irgendwo ein Top-Franchise mit hinzukommen würde. Und das wäre meiner Meinung nach eben Mario oder eben halt auch Donkey Kong. Dann wäre das glaube ich so nahezu das perfekte Jahr. Ja, nachdem ja jetzt Breath of the Wild 2 dann doch auf Ende des, äh, Ende, Ende, nächsten Jahres dann geschoben worden ist. Fehlt vielleicht noch so ein oder zwei Titel. Was meint ihr? Was könntet ihr euch vorstellen realistischerweise? Ich glaube nicht, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, unrealistisch ist. Ach so, das wollte ich sagen. Ich habe es vergessen aufzuschreiben. Es fällt mir gerade ein. Es gibt Gerüchte und das gibt es schon länger. Und ich habe das nie so wirklich erwähnt. Aber sollte man in dem Zuge vielleicht mal hier erwähnen, dass es, ähm, ein, äh, ein, ein, ein Spiel gibt, das wir gar nicht wollen von Nintendo. Und, äh, es ist 1, 2 Switch. Und das kommt von Leuten, die schon gute Informationen geliefert haben. Und ein, 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 ein Sequel zu 1, 2 Switch. Ja, was, ja, was, äh, ja, weiß ich nicht. Also, 1, 2 Switch ist, glaube ich, das unnötigste Spiel gewesen, äh, auf der Switch. Da könnt ihr mir gerne auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und, ähm, ein Sequel, es kann ja nur besser werden. Also, von daher habe ich gut, bin ich da guter Dinge, dass es besser werden wird. Und ich habe wirklich so ein Gefühl, dass das so ein Ding für dieses Jahr wird. Also, da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das sehen würdet. Und was wir, was ihr für Titel gerne, äh, hättet. Ich würde sagen, wir sehen uns um 20 Uhr dann heute Abend. Quatsch, mal ein bisschen weiterzocken, noch ein bisschen. Äh, ansonsten, wenn ihr noch ein Video gucken wollt, klickt doch einfach mal hier drauf. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Bis dann.